So, Freunde, ich hoffe, ihr hattet einen einigermaßen schönen Wochenstart. Jetzt gibt es hier so ein kleines Hertha-News-Update-Video. Es geht nochmal kurz um die Aktion mit Cunic. Es geht um Hertha 2, wo ein paar Spieler gespielt haben, die vielleicht in der Endphase der Saison nochmal Spielpraxis bei uns sammeln könnten. Das auch entscheidend werden könnte, Hertha 2. Und es geht unter anderem um Ibrahim Maser und um Clemens. Da mache ich mir ja langsam schon wieder Sorgen, dass wir da wieder Spieler ablösefrei verlieren. Und Pal Dahlé hat sich auch nochmal so ein bisschen geäußert bezüglich der Trainingswoche jetzt, was er machen will und so weiter. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Ich kann euch wärmstens ans Herz legen, heute Abend im Stream dabei zu sein, 21.30 Uhr. Wenn wir viel über Hertha sprechen, aber generell auch über Fußball, gucken natürlich auch Transfer-Update, die Show. Und ich habe mit Nico ausführlich, mal wieder, das machen wir ja immer montags, über den letzten Spieltag gesprochen. Auf unserem dritten Kanal ist hier auch unten verlinkt, Neif. Würde ich mich freuen, wenn ihr da auch ein Abo dalasst. Ist ja noch in der Wachstumsphase, könnt ihr noch unter den ersten 2000 sein. Und ich freue mich, hier die Werbetrommel ein bisschen zu rühren, wenn ihr hier natürlich auch ein Like oder einen Kommentar dalasst. Das hilft immer sehr für den Algorithmus. Da hat sich irgendwie schon wieder sehr viel geändert. So, dann lasst uns aber mit den Themen anfangen und nicht zu lange rumquatschen. Hertha 2 hat gestern zu Hause gegen Luckenwalde gespielt. Und die haben ihren wirklich sehr, sehr positiven Trend fortgesetzt und haben im fünften Spiel in Folge nicht verloren. Vier Siege, ein Unentschieden unter der Woche gab es ja im Nachholspiel. Und sie haben wieder gewonnen. 2 zu 0 gegen den 14. der Tabelle. Haben jetzt, wie gesagt, aus fünf Spielen 13 Punkte geholt. Befinden sich jetzt mit 41 Punkten nach 29 Spielen mit quasi 15 Punkten Vorsprung auf den ersten wahrscheinlichen Abstiegsplatz in der Tabelle. Und das ist ein Mäuselwitz. Also das war ja teilweise schon relativ knapp. Also wo man gesagt hat, oh, nicht, dass unsere Mannschaft da noch in die Fünftklassigkeit abrutscht, was ja gerade für den Berliner Weg katastrophal wäre. Nein, wir sind jetzt gesichert, wir sind zwar auf Platz 12. Der erste Abstiegsplatz könnte der 15. sein, aber es sind noch fünf Spiele und wir haben 15 Punkte Vorsprung. Also fehlt noch ein Punkt für den rechnerischen Nicht-Abstieg. Und es war ganz interessant, weil es haben ein paar Spieler gespielt, die, sage ich mal, auf jeden Fall schon in die Nähe gebracht werden der Profimannschaft. Und Paul Dardai war wohl auch da, wie ich lesen konnte. Und er hat sich das angeguckt. Tiag Ernst wurde eingesetzt, vielleicht mal so als Probe, ob der denn nicht eventuell einen Olli Christensen ablösen könnte, der ja leider auch sehr verunsichert wirkt, wie halt auch die gesamte Mannschaft. Aber man sieht es, man hat es gestern bei Schalke gesehen. Ich will nicht sagen, dass Schalke wegen des Torwarts verloren hat. Das wäre absoluter Quatsch. Aber im Abstiegskampf ist es dann halt umso wichtiger, einen zu haben, der dann vielleicht auch mal Dinger rausholt, mit denen man nicht gerechnet hätte, der ein sicherer Rückhalt ist, der dir immer die Ruhe gibt, wenn du als Abwehr und als Mannschaft schon völlig verunsichert bist. Deswegen haben ja nicht viele auch über einen Torwartwechsel, nicht weniger auch über einen Torwartwechsel spekuliert. Ja gut, aber Tiag Ernst hat jetzt auch keine Bundesliga-Erfahrung. Wir haben sowas schon mal gemacht mit Lotti. Da hat es sehr gut geklappt. Deswegen Tiag Ernst gestern drin, hat kein Tor kassiert, weil Hertha es auch spielerisch gut gemacht hat. Hatte einmal eine Unsicherheit beim Rauslaufen. Sah da nicht sehr solide aus, hat aber zumindest mal Spielpraxis gesammelt. Und auch Clemens kam zu seinem ersten Regionalligaspiel. Pascal Clemens, hochgelobtes Talent, U19-Kapitän. Die Saison für die U19 ist ja beendet. Dementsprechend werden jetzt wahrscheinlich auch in den letzten fünf Spielen noch deutlich mehr Spieler aus der U19 eingesetzt werden in der U23, um quasi im Herrenbereich auch mal Erfahrung zu sammeln. Das ist ja eine sehr körperliche Liga. Aber das hilft schon mal, um näher dran zu sein an der ersten Mannschaft. Wir hatten natürlich auch viele durchaus sehr gute Talente, die diesen Sprung direkt in die erste Mannschaft geschafft haben von der U19. Aber es hilft auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher. Und wir haben viele Spieler, die diesen Weg gegangen sind, zum Beispiel in Jessica Gangkamp oder auch in Sheerhand, die das erst mal dann in der Regionalliga gemacht haben. Clemens hat gespielt. Wie gesagt, erstes Regionalligaspiel vom U19-Kapitän. Maser hat gespielt. Ibrahim Maser, ja jetzt auch im Kader dabei gewesen. War ja vorher auch vor Pal schon mal im Kader dabei gewesen. Und ich glaube, wenn das Spiel anders verlaufen wäre, hätte Pal ihn mit Sicherheit auch reingebracht. Die Tore erzielt 1-0 durch Cimo Röcker. Ich glaube, es war sein erstes Tor für Hertha nach einer schönen Ecke von Kesik. Die war eigentlich echt ganz gut getreten, muss ich sagen. Das 2-0 dann in der zweiten Halbzeit durch Haxa, der ja sehr flexibel einsetzbar ist, sowohl auf der Außenverteidiger-Position als auch offensiver. Er hat diesmal offensiver gespielt. Da kam die Vorlage von Abdu Latif, der uneigennützig rübergelegt hat. Auch Abdu Latif, ja ein interessanter Spieler. Für mich als Außenstehende natürlich relativ schwer nachvollziehbar, wie viel so eine Jugendspieler uns dann wirklich helfen können. Man sagt ja immer, man wünscht sich, dass sie reingeschmissen werden. Aber man sieht halt auch in so einer völlig verunsicherten Mannschaft, am Wochenende hat ja quasi die Wunschaufstellung von mir dann auch mal gespielt. Aber man sieht dann halt, dass sich ein Derry Scherndt, der dann auch zur Halbzeit ausgewechselt wurde, das will ich ihm gar nicht ankreiden oder dass er daran schuld ist. Aber in einer Mannschaft, wo es keinen Spieler gibt, der den Ball haben will, wo es kaum selbstbewusste Leute gibt, da fällt es dann einem jungen Spieler umso schwerer aufzublühen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, Luke Bakio hat viel versucht, wurde immer gedoppelt und so weiter. Die Bälle kamen ja kaum bis nach außen. Soweit sind wir ja meistens gar nicht gekommen in diese Position, ihn da auch mal in Szene setzen zu können. Von daher, ja, man wünscht sich, dass immer das Jugendspieler spielen. Aber das ist natürlich umso schwieriger in einer Mannschaft, wo auch die eigentlichen Führungsspieler, wenn man sie denn so nennen will, absolut verunsichert sind. Klar kann da mal auch was bei rumspringen. Aber deswegen, ich bin gespannt, was da noch passiert. Weil ich glaube, dass das schon bewusst gemacht wurde, dass Paul, wenn er wirklich da war, so wie ich es gehört habe, dass er sich das anschauen wollte, was macht ein Tiag Ernst im Tor, wie sieht es im Spiel aus, auch wenn es nur Vierte Liga ist, was macht ein Maser, was macht vielleicht auch ein Eidsperger. Auch das könnte ja eine Möglichkeit sein. Leider hat ja auch Pekarik nicht überzeugt. Gut, der hat auch überhaupt keine Spielpraxis, aber trotzdem vielleicht auch das ja mal eine Möglichkeit. Ich meine, wir haben jetzt dieses extrem schwierige Spiel gegen München. Einer der wenigen Lichtblicke vielleicht noch im Spiel war vielleicht ein Suat Serdar, der schon mir eigentlich gut gefallen hat, der, das kannte ich gar nicht, von ihm schon die nötige Körperlichkeit reingebracht hat. Die Frage ist halt nur, bei Serdar ist bei mir immer so die Frage, er ist ja fußballerisch ein toller Typ. Und ich sage weiterhin, wenn er bei einer Mannschaft spielt, wie jetzt zum Beispiel Mainz, die keine Probleme hat, dann funktioniert der auch optimal, weil er kann alles. Aber er kann gefühlt nicht mit diesem Druck-Abstiegskampf umgehen. Hatte da bei Schalke schon Probleme und bei uns auch. Passt sich dem Niveau an oder ist sogar teilweise noch schlechter als die anderen. Kann nicht mitreißen, sondern versteckt sich. Nach der Einwechslung kam er rein. Gut, aber da war das Spiel ja dann auch gefühlt schon gelaufen. Da sah es dann echt gut aus. Er hat sogar richtig Körperlichkeit mit reingebracht, was ich eigentlich gar nicht so krass von Serdar kenne, auch wenn er früher öfter mal auf der Sechser-Position gespielt hat. Vielleicht kann auch er doch nochmal entscheidend werden am Ende, auch wenn ich weiterhin sage, er muss einer der Verkaufskandidaten sein. Wir werden im Sommer einen ultra großen Umbruch haben. Da werde ich dann nach der Saison, je nachdem in welcher Liga wir verbleiben oder ob wir absteigen, auch nochmal Videos zu machen, wenig abgeben würde. Es wird ein sehr, sehr großer Teil abgegeben werden. Aber nochmal auf die Jugendspieler und auch auf Serdar zu kommen, es wird halt jetzt wirklich schwierig für Pahl. Und ich hoffe, er beweist da Fingerspitzengefühl, die aufzustellen, die zum einen die Köpfe jetzt irgendwie noch frei bekommen. So schwer wie es ist, auch wenn man vielleicht gegen Bayern sogar wieder eine Klatsche kassiert. Aber das ist nicht das entscheidende Spiel. Die entscheidenden Spiele kommen danach zu Hause gegen Stuttgart, auswärts gegen Köln, zu Hause gegen Bochum und dann eventuell noch Wolfsburg. Das sind die entscheidenden Spiele. Welche Spieler können uns da helfen? Was ist die Achse von Führungsspielern? Welche Jugendspieler können vielleicht befreit aufspielen, haben Bock zu spielen und können uns da helfen? Und man muss einfach auch sagen, ich glaube schon, dass ein sehr, sehr großer Umbruch bevorsteht. Und ich hatte es gestern auch in den Kommentaren gelesen, einige spekulieren ja schon darüber, dass ein Großteil der teuren Spieler, die ja leider alle nicht performen, wissen, dass sie im Sommer den Verein verlassen müssen, beziehungsweise dass Hertha sie loswerden will. Und dann ist es natürlich schwer, von denen in den letzten fünf Spielen das Maximum rauszuholen. Es gibt Spieler, die sind diese Charaktere, die sagen, nee, ich will auf gar keinen Fall absteigen. Ich werde hier alles reinwerfen dafür, dass Hertha in der Liga bleibt, auch wenn ich im Sommer gehe. Es gibt aber sicherlich auch Spieler, die das eben nicht mitbringen. Und das wird jetzt genau die Aufgabe sein, rauszufinden, aus wem kann man das Maximale rauskitzeln, wer ist vielleicht auch motiviert, wer ist aber im Kopf blockiert und bringt uns deshalb nicht weiter, wie kann man da aufstellen. Und deswegen bin ich gespannt, was er jetzt in den kommenden Spielen macht. Ich glaube, es ist natürlich psychologisch jetzt ein schwieriger Zeitpunkt, weil wenn du gegen Bayern eine richtige Klatsche kassierst, der Glaube daran, es zu schaffen, sinkt immer mehr. Und ich sage, es liegt wirklich weiterhin auch an den Fähigkeiten, an der Qualität. Aber man sieht im Abstiegskampf, wie viele Mannschaften sich schwer getan haben und am Wochenende auch Klatschen kassiert haben. Es ist natürlich auch eine Kopfsache. Wer ist mental in der Lage? Und vielleicht ist es am Ende auch besser, dann wirklich ein paar Jugendspieler reinzuwerfen gegen Bayern, wo man sagt, ey, selbst wenn man da eine Klatsche kassiert, das ist kein Karriereknick oder du verbrennst einen Spieler nicht gegen Bayern, nur weil er da völlig überfordert ist, weil er ein Jugendspieler ist und weil wir ein paar Dinger reingeballert kriegen. Natürlich, die Tordifferenz kann auch am Ende noch entscheidend sein. Aber es ist besser, dann Spieler wie ein Ijuke und ein Jovetic vielleicht zu schonen. Ich weiß nicht, was das Bessere ist. Oder soll man doch drauf gehen, weil Bayern gerade wackelig ist, da vielleicht doch irgendwie einen Punkt rauszuholen und alle einsetzen. Dann fehlt ja aber am Ende im Endspurt, in den entscheidenden Duellen ein Ijuke und ein Jovetic. Die könnten noch so wichtig werden. Man hat es gesehen bei Ijuke, er hat jetzt nicht viel gebracht, aber wie er Bälle fordert, einer der wenigen, der den Ball haben will, der damit was auch alleine anfangen kann. Dann muss natürlich auch das Freilaufverhalten stimmen und so weiter. Aber das kann dann auch ein Luke Bakio entlasten. Der wurde immer gedoppelt. Teilweise wurde er getrippelt, wenn man das so nennen will. Und man hat ihm den Ball gegeben und sagt dann so, Dodi, mach mal, es stand keiner frei. Vielleicht hilft das, wenn man dann wirklich in den letzten vier Spielen dann nochmal einen Ijuke auf der linken Seite hat, einen Jovetic, der auch den Ball haben will. Das kommt mir schon so vor. Hat man ja auch gegen Schalke gesehen, wo dann ein bisschen mehr noch nach vorne ging, als gegen Bremen, auch wenn wir gegen Bremen zwei Tore gemacht haben. Aber es war ja schon sehr, sehr dürftig, was da nach vorne ging. Also es ist extrem schwierig. Ich bin gespannt. Ich glaube, wie gesagt, dass nicht ohne Grund diese Spieler eingesetzt wurden. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch in der Abwehr schwierig wird. Jetzt mit Uremovic, keine Ahnung, was mit Martin dann am Wochenende ist. Und auch mit Rochel. Kämpf fehlt ja in München. Vielleicht gibt er einem Clemens mal die Chance. Und da ist dann auch gleich die nächste Frage. Was ist denn eigentlich mit Pascal Clemens? Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Er durfte ja schon im Winter beim Trainingslager teilnehmen, hatte da auch ein, zwei Spiele gemacht. Konnte da durchaus überzeugen. Kriegen wir den jetzt noch verlängert? Ich meine, die Verträge laufen ja Ende Juni aus. Es sind noch zwei Monate. Oder verlieren wir da die nächsten Spieler ablösefrei, die den Sprung woanders hin machen? Genauso bei einem Ibrahim Maser. Auch sein Vertrag läuft aus. Ich hoffe, wir arbeiten da mit Hochtouren dran. Ich meine, in Maser, je nachdem, wer dann auch nächstes Jahr Trainer wird, aber dass er die Wertschätzung bei uns bekommt, ich glaube, das kriegt er schon mit. Ich hoffe, dass wir den langfristig an uns binden können. Heißt jetzt nicht, dass er uns sofort weiterhelfen wird. Aber so einen Spieler würde ich ungerne verlieren. Ist schon ein sehr, sehr großes Talent. Ebenso bei einem Clemens, auch wenn nächstes Jahr Gechter zurück ist und wir dann eigentlich zwei junge Spieler schon mit Gechter und Dardai haben. Aber auch einen Clemens würde ich sehr, sehr gerne halten. Nicht ohne Grund U19-Kapitän. Nicht ohne Grund im Winter schon mittrainiert. Bei den Profis. Was ist da jetzt? Ich hoffe sehr, dass wir, wenn wir den Weg der Jugend gehen, eben auch es schaffen, in Zukunft eben die Spieler zu halten, die vielleicht wirklich das große Potenzial haben. Oft hatte man so das Gefühl, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen, dass man es geschafft hat, mit gewissen Spielern zu verlängern. Wo man gesagt hat, die haben jetzt einen Profivertrag bekommen. Cool. Aber das war dann nicht die allererste Sahne. Die allererste Sahne von Talenten hat uns dann häufig auch mal verlassen. Und das glaube ich schon, dass wir da mit Clemens und auch mit Maser schon ein großes Potenzial haben. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe nichts da ansatzweise gehört, wie die Verhandlungen laufen. Ist auch noch nicht so der Fokus von den Medien drauf. Aber ich hoffe sehr, dass wir mit denen verlängern können. Übrigens hat gestern auch wieder Toni Röcke gespielt. Hat auch zwei, drei schöne Aktionen gehabt. Der wird auch immer besser, habe ich das Gefühl, in der U23. Aber klar, du kannst natürlich auch nicht alle, du kannst ja nicht die Mannschaft nur voll mit Talenten machen. Das funktioniert nicht. Das stellt man sich immer so romantisch vor. Aber da kriegst du dann noch mehr auf die Schnauze. Wir haben damals mal so ein Interview von Patrick Ebert gesehen. Der hatte, glaube ich, gesagt, dass er einer seiner ersten Spiele in München in der Allianz Arena gemacht hat. Und vorher in der Jugend kannte er es nur so. Er war immer mit seiner Mannschaft, weil er war ja dieser goldene Jahrgang einer der Besten. Und dann hat er gegen Bayern gespielt mit Robben, Ribéry und Co. Und er meinte, ey, da hast du erst mal gemerkt, ich kann gefühlt gar nichts. Es ist alles zu schnell für dich. Du kommst mit nichts mit. Und deswegen ist dann immer ein bisschen einfach gesagt, lass doch einfach alle Talente spielen. Wir steigen doch eh ab. Erstmal, noch sind wir nur drei Punkte entfernt. Es ist immer noch alles möglich, auch wenn man eigentlich gar nicht daran glauben kann. Auch wenn wir immer noch nur die Chancen haben, weil die anderen Mannschaften uns leben lassen. Das muss man einfach sagen. Aber jetzt nur Talente reinzuwerfen, das ist so eine Abwägung. Eben sage ich noch, lass doch die Talente spielen, du kannst sie nicht verbrennen. Andersrum muss man eben auch sagen, wie gesagt, das ist so ein hohes Niveau. Es sieht dann von außen immer so aus, ja, die kämpfen nicht richtig und so weiter. Aber wenn der Gegner in allem schneller ist, du kommst gar nicht in die Zweikämpfe. Du kommst nicht in die Zweikämpfe, es geht dir alles viel zu schnell. Das ist schon krass. Das muss man sich einfach so vorstellen. Wahrscheinlich, wenn wir mal so als Amateure bei Hertha mittrainieren würden, wir würden gar nicht dazu kommen, jemanden mal zu faulen oder so. Weil wir einfach viel zu langsam sind in unserer Entscheidungsfindung, in unseren Reaktionen, in unseren körperlichen Bewegungen. Deswegen, ja, schwierige Aufgabe auf jeden Fall für Paul Dardai. Die erfahrenen Spieler performen absolut nicht, haben die Köpfe nicht frei. Die Jugendspieler haben vielleicht einfach noch gar nicht die Qualität. Und kannst halt auch nicht nur auf Jugendspieler setzen. Auch wenn viele, viele Jugendspieler eigentlich mit Potenzial auf jeden Fall da sind. Das kann man schon so sagen. Es wird am Dienstag nicht wie geplanten Trainingsfrei geben, weil wir ja erst am Sonntag spielen. Dardai meinte, das wird er für taktische Analysen nutzen. Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Deswegen wird er trainiert. Heute ist noch Trainingsfrei. Er hat auch nochmal gesagt, dass es ein absoluter Kindergarten in der Abwehr war. Dass es so nicht funktioniert. Und guckt euch einfach nur dieses 2-0 von Dux an. Tolga geht überhaupt nicht richtig rauf auf groß. Der jetzt nun wirklich nicht als Flankengott bezeichnet ist. Im Strafraum haben wir eine Überzahl mit Plattenhardt und Kempf. Und trotzdem kommt Dux zwischen den beiden völlig frei zum Kopfballtor. Es gab etliche solcher Szenen, wo wir undiszipliniert verteidigt haben. Wo wir überhaupt keine Abstimmung hatten. Wo wir überall zu spät waren. Das sind Basics und das sind Sachen, die sie eigentlich auch besser können. Also es war null besser als gegen Schalke. Ich sage auch weiterhin, ohne jetzt Bremen diskreditieren zu wollen. Die mussten sich nicht anstrengen. Es gibt so ein paar Szenen. Guckt euch die Wiederholung an. Linke eigene Hälfte. Da wird ein langer Ball von Bremen gespielt. Der spielt die eben aus dem Stand. Der hat nicht mal eine richtige Körperspannung. Der spielt die aus dem Stand, weil keiner auf ihn Druck macht. Und überquert damit unsere Sechser und unsere komplette Abwehrkette. Und auf einmal steht Dux frei. Sowas darf nicht passieren. Deswegen will Pahl da jetzt die Basics angreifen. Er glaubt weiterhin dran. Er sagt, ey, ich hatte schon so viele schwierige Sachen in meinem Leben zu erleben. Auch in meiner Karriere. Immer haben alle gesagt, man schafft es nicht. Und am Ende hat man es doch geschafft. Also es freut mich, dass er diesen Optimismus verbreitet. Auch wenn es halt wirklich nur noch eine Hoffnung ist. Aber die Hoffnung stirbt einfach zuletzt. Und was ich nochmal zu Shunic sagen wollte. Ich habe mir das Video nochmal detailliert angeguckt, weil ja dann viele davon gesprochen hatten. Er hat vor ihm auf den Boden gespuckt und so weiter. Ich habe es dann auch gesehen. Also er hat schon an ihm vorbeigerotzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit Absicht war. Ich würde Shunic eigentlich nicht so einschätzen, dass er so ein Respektloser ist, der dem Trainer vor die Füße rotzt. Nur weil er nicht im Kader steht. Aber am Ende, ich kenne ihn ja auch nicht. Ich kenne seine Persönlichkeit nicht. Ich kann es nur von außen so einschätzen. Aber es sah schon nicht gut aus, wenn man ehrlich ist. Also man unbeabsichtigt so in die Richtung rotzen muss. Also ich weiß nicht, ob er nicht mehr anwesend war, weil er nicht wusste, was gerade passiert. Ich kann nicht in seinen Kopf reingucken, aber erst danach fiel ja dieses verpiss dich jetzt hier und so weiter. Vorher hat er nur gesagt, geh, du kannst gehen und so weiter, weil ihm laut Bildinformationen wohl das einfach nicht gefallen hat, dass er nicht aufmerksam war, nicht zugehört hat, die Körperspannung nicht gefallen hat. Und dann meinte er, dann soll er einfach gehen. Und dann kam erst diese Rotzaktion und dann hat er erst verpiss dich gesagt. Alles nicht gut. Andersrum, ich hatte vorhin drüber gesprochen. Spieler, die wissen, sie sind im Sommer wieder weg. Wie zum Beispiel in Shunic, den wir definitiv nicht fest verpflichten werden. Wenn die jetzt einfach diese Zeit hier nur noch absitzen, dann brauchen sie auch gar nicht auf dem Trainingsplatz sein. Dann ziehen sie die anderen nur mit runter. Das hat keinen Mehrwert für uns. Und es zeigt eben auch den anderen Spielern, ey, hier muss durchgezogen werden. Ich erinnere mich, hatten gestern auch noch mal ein paar reingeschrieben. Was ähnlich ist, ist da mal mit Belfodil passiert, der von Magath für ein Spiel suspendiert wurde. War dann am Ende noch ein entscheidender Faktor. Wer weiß, vielleicht spielt am Ende sogar noch ein Shunic, man weiß es nicht. Aber es muss jetzt hart durchgegriffen werden. Und so eine Respektlosigkeit in dem Trainer gegenüber gehen nicht. Und es ist eine schwierige Situation. Es ist ein bisschen wie bei Gladbach, wo ich ja auch immer, bloß die haben halt eine Luxussituation, weil für die kann gar nichts mehr passieren. Wo ich auch sagte, ey, da sind so viele Spieler, die wissen, die sind im Sommer woanders. Wie sollen die sich jetzt noch aufraffen, wenn es um nichts mehr geht? Sie können nicht mal in die Europa League kommen, außer vielleicht ein bisschen Punkteprämie. Wie sollen die sich jetzt aufraffen, um da noch mal alles reinzuwerfen? Weil am Ende ist Fußball natürlich Kopfsache, aber es ist auch Engagement, auch in der Bundesliga. Weil Fähigkeiten haben alle, auch wenn man jetzt immer sagt, der Kader ist so Katastrophe. Das sind alles Profifußballer. Und auch wenn sie schlechter sind als der Gegner, es braucht diese 110-prozentige Bereitschaft, die man zum Beispiel bei Bochum oft gesehen hat, die man bei Schalke oft gesehen hat. Und dann kann man Dinge auch umreißen. Und wie soll man das aus jemandem rauskitzeln? Wie soll man das aus jemandem rauskitzeln, der schon abgeschlossen hat? Das ist wie im Unternehmen, wenn einer innerlich gekündigt hat. Von dem wirst du nichts mehr erwarten können. Der macht Dienst nach Vorschrift, spielt dann im übertragenen Sinne nur noch einen Drei-Meter-Pass quer, wird keine Risiken mehr eingehen, will sich nicht mehr verletzen. Und das ist die Schwierigkeit, die Paar jetzt hat. Er hat einen Kader, wo etliche wahrscheinlich unseren Sommer verlassen werden. Welche von denen geben trotzdem noch alles? Auch wenn sie schon mit dem Verein abgeschlossen haben. Welche haben vielleicht innerlich gekündigt, aber sind intrinsisch so motiviert, dass sie uns weiterhelfen können. Es gab immer, kann ich mich noch damals erinnern, einen BWL-Kurs, habe ich mit ein paar Büchern durchgelesen, Überführung. Und da ging es immer so um Motivation. Und das eigentlich, wenn man es mal wirklich betrachtet, eine externe Motivation gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt nur, oder eine extrinsische, es gibt eigentlich nur eine intrinsische Motivation. Das heißt, jeder kann nur sich selber im Endeffekt motivieren. Es gibt Einflüsse von außen, die Anreize schaffen können, aber am Ende kannst du dich nur selber motivieren. Und das ist eben genau das, was Paar jetzt schaffen muss. Er muss diese Spieler rausfinden, die sich jetzt noch für gewisse Motive motivieren können. Und diese Motive vielleicht auch von den Spielern rausfinden und denen klar machen. Ey, guck mal, das und das, egal was jetzt nach der Saison passiert, das muss seine Motivation sein. Und dann muss er gucken, ob diese intrinsische Motivation sich entwickelt und ob er die Köpfe freikriegt. Er sagte ja auch, es ist jetzt hier ein bisschen wirr, ich rede hier wie in einem Stream, aber das sind so die Gedanken, die ich halt den ganzen Tag immer so habe. Er sagte ja auch, es waren hier schon Psychologen, sie haben alles Mögliche schon gemacht, hat ja nichts funktioniert. Jetzt muss Pal Dardai irgendwie in die Köpfe rein. Jetzt muss Pal Dardai diese Blockade da irgendwie lösen. Und dann geht vielleicht auch nochmal was, weil wir waren ja sowohl in der Abwehr wie Ersteinert und wie ich es gestern im Video gesagt habe, auch nach vorne. Wenn wir nach vorne gelaufen sind, dieses Typische, kennt jeder, der mal Fußball gespielt hat, ein Spieler versteckt sich, hat Angst, Fehler zu machen und will sich eigentlich gar nicht von seinem Gegenspieler, der ihn deckt, lösen in der Offensive. Weil dann würde er ja angespielt werden. Also immer so Alibi-mäßiges Freilaufen, um dann zu sagen, ja, ich stand ja nicht frei, was soll ich machen, der hat mich die ganze Zeit gedeckt. Und deswegen ist mir auch der Hate nur auf Dodi eigentlich zu einfach, weil der noch der Einzige war, auch wenn er da nicht abgespielt hat. Er hatte ja keine Anspielstation, der irgendwie noch was versucht hat, obwohl er immer gedoppelt wurde. Und ja, es kann nur gemeinsam klappen. Keine einfachen Zeiten als Hertha-Fan, das so als Update von heute. Ich werde vielleicht, um auch so ein bisschen nochmal abzulenken, die Woche mal wieder ein Vier-Gewinn-Video machen. Das macht mir auch immer Spaß, auch wenn wir nicht mal wissen, in welcher Liga wir bleiben. Vielleicht einfach mal ein Vier-Gewinn-Video für Spieler, falls wir in der Liga bleiben sollten, wenn wir das Wunder doch noch schaffen, was es ja bräuchte und dann vielleicht nochmal ein Vier-Gewinn-Video, falls wir absteigen, was wären dann interessante Spieler, wo vielleicht Verträge auslaufen, die vielleicht keine Chance darauf haben, aufzusteigen, die vielleicht Bock haben. Ja, sowas überlege ich mir, die Woche nochmal zu machen. Ich wünsche euch trotzdem eine tolle Woche. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend im Stream. Und heute Abend gibt es auch nochmal zwei Tickets zu verlosen gegen Stuttgart, fällt mir gerade ein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restmontag. Und hau he. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020